Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Stummelgeist, Leute. Und das ist Teil 2 von der Serie, wo ich meinen kompletten Spind in Stummelgeist zeige. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die seltenen Skins. Let's go! Also, da haben wir Good Gabby, Peckfan, Peckfan, Hoodie Bandit, Eris, Ace of Hearts, Wood Dragon Guy, Sakura, Sir Robin, Decimus, Stumble June, Yellow Racer, Blue Racer, Diver Cameron, Diver Cahill, Swamp Troll, Brown Han, Orange Margin, Stumblebug, Wizard, Olafson, Sir Lancelot, Wizardess, Willy Pinguin, Silver Fox, Streamer Sophia, Podcaster Mia, Pilot Hoover, Pilot Crasher, Pilot Flighty, Spring Beauty, Panda Bear, Wanderer, Detective, Pirate Jack, Bart Geldor, Bart Dandy, Red Racer, Miauma, Lunar Rabbit, Disco Daryl, Crossadder, Bigfoot, Chicken, Christmas Elf, Green Alien, Stumblebee, Stumble Witch, Hatcheling, Gamer Gina, Gamer Gina, White Rabbit, Macaw, Mr. Nibs und Punk Rock. Leute, das sind alle Scans, die ich habe von den seltenen. Und ich würde sagen, wir gehen wie immer einfach mal in eine Workshop-Map hier. Zum Beispiel Audrill Upgrade. Let's go! Okay, Leute, wir sind auf der Map und oh mein Gott, sieht das krass aus. Okay, ich würde sagen, wir gehen erst mal los. Aber ich glaube, um die ganze Map zu spielen, ist es besser für ein anderes Video. Weil das sieht ziemlich lang aus. Aber, Leute, anscheinend kann man das in sechs Minuten schaffen. Weil der, der sie erstellt hat, hat es ja geschafft. Weil sonst wäre das gar nicht möglich. Okay? Zack, und das ist wirklich schwer, Leute. Wie soll ich das machen? Okay? Und Okay, Leute, ich habe es, ich habe es, ich habe es. Nee, wie soll man das machen? Wie soll man das machen? Wirklich. Okay, wir probieren es noch einmal. Komm schon, wie ist das möglich? Wie kann man diese Map schaffen? Okay. Und Zack. Okay, jetzt haben wir es gerade besser. Jetzt machen wir es gerade besser. Nein, tun wir doch nicht. Aber, Leute, es ist schon viel besser als gerade. Ich mache es ohne Volleyball. Zack. Zack. Und Bam. Und Nein, ich habe es wieder. Okay, noch einmal probieren wir es. Ein einziges Mal. Zack. Und Bam. Dann Bam. Huh. Zack. Das ist ganz vorsichtig. Nein, das geht nicht. Und Okay. Wir haben es nicht geschafft. Aber, Leute. Oh. Oh, wir schaffen es. Wir schaffen es. Wir schaffen es. Wir schaffen es. Oh, mein Gott. Wir haben es. Wir haben es. Oh. Nein. Ich habe es wieder nicht geschafft. Okay. Nochmal. Zack. Oh, nein. Ich habe es wieder nicht geschafft. Okay, noch einmal probieren wir es. Ein allerletztes Mal. Zack. Oha, wir sind weiter. Ach, das ist ein Teil, wo wir noch nicht waren. Wie krass ist das? Okay. Oh, Mist. Wir haben es wieder. Wir haben es wieder nicht geschafft. Okay, noch einmal. Oh, mein Gott. Wir haben es aber hoch geschafft. Es hat alles hochgezählt. Zack. Und hier runter. Bam. So, dann können wir hier einmal hochgehen. Hier einmal hin. Und hier einmal Oh, ich weiß, was wir machen sollen. Den hier machen. Und dann hier hochgehen. Hier rumgehen. Gut. Zack. Dann hier hochgehen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. wir hatten es gerade nicht. Aber hopp. Oh, fast. Aber Leute, wir gehen erstmal hin und das machen wir dann in einem anderen Video. Aber Leute, ich würde erst mal sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschau. Tschau. Vielen Dank.